Kannibalismus auf der Eisenbahn von Mark Twain Kürzlich war ich in St. Louis und nachdem ich auf meinem Weg nach Westen in Terre Haute, Indiana umgestiegen war, stieg auf einem kleinen Bahnhof ein freundlicher, wohlwollend aussehender Herr von ungefähr 45 oder vielleicht 50 zu und setzte sich neben mich. Etwa eine Stunde unterhielten wir uns angenehm über Verschiedenes und ich fand ihn äusserst intelligent und ergötzlich. Als er hörte, dass ich aus Washington war, begann er sofort, mich nach mehreren Männern der Öffentlichkeit und Angelegenheiten des Kongresses zu fragen. Ich bemerkte sehr bald, dass ich mit jemandem sprach, der mit allen Windungen des politischen Lebens der Regierungshauptstadt bis zu den Gewohnheiten, Sitten und Verfahrensweisen von Senatoren und Abgeordneten in den Häusern der gesetzgebenden Körperschaften vertraut war. Kurz darauf blieben zwei Männer einen Augenblick neben uns stehen und einer sagte zum anderen, Harris, wenn du das für mich tust, werde ich dich nie vergessen, mein Junge. Die Augen meines neuen Gefährten leuchteten vergnügt auf. Die Worte hatten, glaube ich, eine erfreuliche Erinnerung geweckt. Dann machte er ein nachdenkliches, fast düsteres Gesicht. Er wandte sich zu mir und sagte, Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich will Ihnen ein geheimes Kapitel meines Lebens eröffnen. Ein Kapitel, das von mir noch nie berührt worden ist, seit sich das Begebnis ereignete. Hören Sie geduldig zu und versprechen Sie, dass Sie mich nicht unterbrechen werden. Ich sagte, ich wolle ihn nicht unterbrechen und er erzählte das folgende seltsame Abenteuer, in dem er manchmal lebhaft, manchmal schwermütig sprach, doch immer mit Gefühl und Ernst. Am 19. Dezember 1853 nahm ich in St. Louis den Abendzug nach Chicago. Es waren insgesamt nur 24 Fahrgäste. Frauen und Kinder befanden sich nicht darunter. Es herrschte eine ausgezeichnete Stimmung und bald wurden angenehme Bekanntschaften geschlossen. Die Reise versprach, eine glückliche zu werden und kein einziges Mitglied der Gesellschaft hatte, glaube ich, auch nur die leiseste Ahnung von den Schrecken, die wir bald auszustehen haben sollten. Um 23 Uhr begann es stark zu schneien. Gleich nach Verlassen der kleinen Stadt Welden kamen wir in die ungeheure Einsamkeit der grossen Ebene, deren Meilen um Meilen häuserloser Einöde sich weit hinaus bis nach den Jubiläe-Settlements erstreckten. Ohne von Bäumen oder Hügeln oder auch von verstreuten Felsen aufgehalten zu werden, heulte der Wind ungestüm über die ebene Wüste und trieb den fallenden Schnee vor sich her, wie die Gischt vor den Wellenkämmen der stürmischen See. Schnell wurde der Schnee höher und an der abnehmenden Geschwindigkeit des Zuges erkannten wir, dass sich die Lokomotive mit ständig wachsender Mühe hindurchpflügte. Sie kam tatsächlich manchmal in grossen Schneewehen, die sich wie kolossale Grabhügel quer über die Schienen türmten, richtig zum Stehen. Die Unterhaltung erlahmte. Die Heiterkeit wich ernster Besorgnis. Die Möglichkeit, vom Schnee eingeschlossen zu werden, in der kahlen Prärie, 50 Meilen vom nächsten Haus, drang in jedermanns Vorstellung und erstreckte ihren niederdrückenden Einfluss auf eines jeden Geist. Um zwei Uhr morgens wurde ich durch das Aufhören aller Bewegung um mich aus unruhigem Schlaf geweckt. Sofort fuhr mir die entsetzliche Wahrheit in den Sinn. Wir stecken in einer Schneewehe fest. Alle Mann zu Hilfe! Jeder folgte schnell dem Ruf, In dem Bewusstsein, dass ein einziger verlorener Augenblick allen das Leben kosten konnte, sprang jeder von uns in die wilde Nacht, die pechschwarze Dunkelheit, in den wogenden Schnee, den wütenden Sturm. Schaufeln, Hände, Bretter, alles und jedes, womit man Schnee räumen kann, wurde sofort eingesetzt. Es war ein geisterhaftes Bild, die kleine Gesellschaft verzweifelter, die gegen den sich häufenden Schnee ankämpfte, halb im schwärzesten Schatten und halb in dem düsteren Schein, den die Lampe der Lokomotive warf. Eine knappe Stunde genügte, um die absolute Zwecklosigkeit unserer Anstrengungen zu beweisen. Während wir eine Schneewehe wegschaufelten, verbarrikadierte der Sturm die Strecke mit einem Dutzend neuer Wehen. Und schlimmer noch, man entdeckte, dass beim letzten grossen Ansturm, den die Maschine auf den Feind unternommen hatte, die Antriebsachse gebrochen war. Selbst wenn die Strecke vor uns frei gewesen wäre, hätten wir hilflos da gesessen. Abgekämpft von der Arbeit und voll drückender Sorgen stiegen wir wieder in den Zug. Wir scharrten uns um die Öfen und erörterten ernst die Lage. Lebensmittel besassen wir überhaupt keine. Das war unser grösster Kummer. Erfrieren konnten wir nicht, denn im Tender befand sich ein reichlicher Vorrat an Holz. Das war unser einziger Trost. Die Aussprache endete schliesslich damit, dass wir die beklemmende Feststellung des Schaffners akzeptierten, die besagte, dass es eines jeden Tod wäre, zu versuchen, 50 Meilen durch solchen Schnee zu Fuss zurückzulegen. Wir konnten nicht nach Hilfe schicken und selbst wenn wir das gekonnt hätten, wäre sie nicht imstande gewesen, zu uns zu gelangen. Wir mussten uns fügen und warten, so geduldig wie nur möglich. Hilfe oder Hungertod. Ich glaube, als diese Worte fielen, überrieselte auch die stärksten Herzen ein flüchtiger Schauer. In der gleichen Stunde veräppte die Unterhaltung zu einem leisen Murmeln, das man sporadisch zwischen dem Anschwellen und Abflauen der Windstöße hier und da im Wagen vernahm. Der Schein der Lampen wurde schwächer und die meisten der Gestrandeten liessen sich in den flackernden Schatten nieder, um nachzudenken, um die Gegenwart zu vergessen, wenn sie es vermochten, um zu schlafen, wenn sie konnten. Die ewige Nacht, uns schien sie bestimmt ewig, ließ ihre zaudernden Stunden endlich verstreichen und die kalte, graue Dämmerung brach im Osten an. Als es heller wurde, begann ein Reisender nach dem anderen sich zu rühren und Lebenszeichen von sich zu geben und der Reihe nach schoben sie den Schlapphut aus der Stirn, streckten die steifen Glieder und guckten aus dem Fenster auf die trostlose Landschaft. Sie war wirklich trostlos, nirgends ein lebendes Wesen zu sehen, keine menschliche Behausung, nichts als eine unermesslich weisse Wüste, ganze Schneefelder, die vom Winde hochgehoben und hierhin und dahin getrieben wurden, eine Welt wirbelnder Flocken, die das Firmament oben dem Blick verbargen. Den ganzen Tag bliesen wir in den Wagen Trübsal sprachen wenig, grübelten viel, eine neue, dahinschleichende, düstere Nacht und Hunger. Eine neue Dämmerung, ein neuer Tag des Schweigens, der Kümmernis, des zehrenden Hungers und der hoffnungslosen Ausschau nach Hilfe, die nicht kommen konnte. Eine Nacht unruhigen Schlafs mit Träumen von Festgelagen, mit wachen Stunden, die der quälende Hunger zur Pein machte. Der vierte Tag kam und ging. Und der fünfte. Fünf Tage furchtbarer Gefangenschaft. In jedem Auge stirrte wilder Hunger. Er trug Anzeichen von entsetzlicher Bedeutung, die Vorahnung von etwas, das verschwommen in eines jeden Vorstellung Gestalt annahm, etwas, das noch keine Zunge in Worte zu fassen wagte. Der sechste Tag ging vorüber. Der siebente brach über eine so dürre, abgehärmte und hoffnungslose Gesellschaft von Menschen herein, wie sie nur je im Schatten des Todes stand. Es musste heraus. Etwas, das in jedermanns Vorstellung herangereift war, drängte sich ähnlich jedem auf die Lippen. Man hatte der Natur das Äusserste abverlangt. Sie musste unterliegen. Richard H. Gaston aus Minnesota, gross, totenblass, erhob sich. Alle wussten, was nun kam. Alle waren bereit. Jede Gemütsbewegung, jeder Anschein von Erregung waren erstickt. Nur ein ruhiger, nachdenklicher Ernst erschien in den Augen, die eben noch so wild blickten. Meine Herren, es kann nicht länger aufgeschoben werden. Die Zeit ist da. Wir müssen bestimmen, wer von uns sterben soll, um die übrigen mit Nahrung zu versorgen. Mr. John J. Williams aus Illinois erhob sich und sagte, Meine Herren, ich schlage hochwürdig James Sawyer aus Tennessee als Kandidaten vor. Mr. William R. Adams aus Indiana sagte, ich schlage Mr. Daniel Sloat aus New York als Kandidaten vor. Mr. Charles J. Langdon, ich schlage Mr. Samuel A. Bowen aus St. Louis als Kandidaten vor. Mr. Sloat, meine Herren, ich möchte zurücktreten zugunsten von Mr. John A. van Nostrand Jr. aus New Jersey. Mr. Gaston, wenn jemand Einspruch erhebt, wird dem Wunsche des Herrn entsprochen. Da Mr. van Nostrand Einspruch erhob, wurde das Rücktrittsgesuch Mr. Sloat abgelehnt. Rücktrittsgesuche wurden auch von den Kandidaten Sawyer und Bowen eingebracht und aus denselben Gründen abgelehnt. Mr. A. L. Bascom aus Ohio, ich beantrage, dass die Kandidatenliste abgeschlossen wird und das Haus zur geheimen Abstimmung schreitet. Mr. Sawyer, meine Herren, ich erhebe scharfen Protest gegen dieses Verfahren. Es ist in jeder Hinsicht ordnungswidrig und unziemlich. Ich möchte höflichst beantragen, dass es eingestellt wird und dass wir einen Vorsitzenden der Verhandlung und geeignete Beamte zu seiner Unterstützung wählen und dann können wir in der vorliegenden Sache verständig fortfahren. Mr. Bell aus Iowa, meine Herren, ich erhebe Einspruch. Dies ist keine Zeit, sich auf Formen und die Einhaltung des Zeremoniels zu versteifen. Mehr als sieben Tage sind wir ohne Nahrung. Jeder Augenblick, den wir mit müßiger Erörterung verlieren, vergrössert unser Elend. Ich billige die Nominierung, die hier vorgenommen wurde. Jeder der anwesenden Herren billigt sie, glaube ich. Und was mich betrifft, so sehe ich keinen Grund, weshalb wir nicht sofort dazu übergehen sollten, einen oder mehrere der Kandidaten zu wählen. Ich möchte eine Resolution einbringen. Mr. Gaston, es wird der Einspruch dagegen erhoben werden und sie müsste gemäss Satzung einen Tag liegen bleiben, was genau zu der Verzögerung führen würde, die sie zu vermeiden wünschen. Der Herr aus New Jersey, Mr. Van Nostrand, meine Herren, ich bin Ihnen fremd. Ich habe die Auszeichnung nicht begehrt, die mir zuteil geworden ist und mein Zartgefühl, Mr. Morgan aus Alabama, ihn unterbrechend, ich unterstütze den vorhergehenden Antrag. Der Antrag wurde angenommen und eine weitere Debatte natürlich abgeschnitten. Der Antrag, einen Vorstand zu wählen, kam durch und dabei wurden dann Mr. Gaston zum Vorsitzenden gewählt, Mr. Blake zum Sekretär und die Herren Holcomb, Dyer und Baldwin als Nominierungsausschuss und Mr. R. M. Holland zum Proviantmeister, der den Ausschuss bei der Auswahl unterstützen sollte. Die Sitzung wurde dann eine halbe Stunde vertagt und es folgte ein bisschen Agitation zur Vorbereitung der Wahl. Mit dem Klopfen des Hammers traten die Mitglieder wieder zusammen und der Ausschuss gab seinen Bericht, in dem er sich für die Herren George Ferguson aus Kentucky, Lucia Herman aus Louisiana und W. Massick aus Colorado als Kandidaten aussprach. Der Bericht wurde angenommen. Mr. Rogers aus Missouri Herr Präsident, da der Bericht dem Hause nunmehr ordnungsgemäss vorliegt, beantrage ich eine Änderung, indem man statt des Namens von Mr. Herman, den von Mr. Lucia Harris aus St. Louis einsetzt, der uns allen gut als ehrenhaft bekannt ist, ich möchte nicht so verstanden werden, als wolle ich auch nur im Geringsten ein schlechtes Licht auf den Ruf und das hohe Ansehen des Herren aus Louisiana werfen, weit davon entfernt. Ich schätze und achte ihn so sehr, dass ihn jeder hier anwesende Herr möglicherweise nur schätzen kann. Aber niemand von uns kann die Tatsache übersehen, dass er in der Woche, die wir hier liegen, mehr Fleisch verloren hat als jeder andere. Niemand von uns kann die Tatsache übersehen, dass der Ausschuss seine Pflicht verletze, sei es aus Fahrlässigkeit oder einem schwereren Vergehen, wenn es uns einen Herrn zur Abstimmung darbietet, der, so lauter seine eigenen Beweggründe auch sein mögen, wirklich weniger Nährstoff enthält, der Vorsitzende, der Herr aus Missouri, möchte Platz nehmen. Der Vorsitzende kann es nicht zulassen, dass die Integrität des Ausschusses angezweifelt wird, es sei denn, durch ein ordentliches Verfahren gemäss Satzung. Welche Schritte will das Haus in Bezug auf den Antrag dieses Herrn unternehmen? Mr. Halliday aus Virginia. Ich stelle einen weiteren Antrag, den Bericht zu ändern, indem man Mr. Messick durch Mr. Harvey Davis aus Oregon ersetzt. Es mag von den Herren vorgebracht werden, dass die Strapazen und Entbehrungen des Lebens an der Grenze Mr. Davis zäh gemacht haben. Aber, meine Herren, ist das der richtige Zeitpunkt, über Zähigkeit zu nörgeln? Ist das der richtige Zeitpunkt, in Kleinigkeiten wählerisch zu sein? Nein, meine Herren, Masse ist es, was wir wünschen, Substanz, Gewicht, Masse, das sind jetzt die allerersten Erfordernisse und nicht Talent, nicht geniale Begabung, nicht Bildung. Ich bestehe auf meinem Antrag. Mr. Morgan erregt. Herr Vorsitzender, gegen diese Änderung erhebe ich schärfsten Einspruch. Der Herr aus Oregon ist alt und überdies machen nur die Knochen seine Masse aus, nicht als Fleisch. Ich frage den Herrn aus Virginia, ob wir etwas Suppe wollen anstelle fester Nahrung, ob er uns mit Schatten täuschen will, ob er unser Leiden mit einem Gespenst aus Oregon verhöhnen will. Ich frage ihn, wenn er sich einmal umschaut und sich die bekümmerten Gesichter ansieht, wenn er einmal in unsere traurigen Augen blickt, wenn er einmal dem Pochen unserer erwartungsvollen Herzen lauscht, ob er uns dann noch den von Hunger gezeichneten Betrug andrehen will? Ich frage ihn, wenn er einmal unsere Verlassenheit, unseren vergangenen Schmerz und unsere dunkle Zukunft bedenkt, ob er uns dann noch erbarmungslos mit diesem Wrack, dieser Ruine, diesem schwankenden Schwindel, diesem knorrigen, verdorbenen und saftlosen Vagabunden aus Oregons ungastlichen Gefilden anschmieren will. Niemals! Beifall! Nach heftiger Debatte wurde der Abänderungsantrag zur Abstimmung gebracht und abgelehnt. Dem ersten Abänderungsantrag gemäss wurde Mr. Harris eingesetzt. Dann begann die Wahl. Fünf Wahlgänge verliefen ohne Ergebnis. Im sechsten wurde Mr. Harris gewählt, wobei alle ausser ihm selbst für ihn stimmten. Es wurde dann beantragt, dass seine Wahl durch Akklamation ratifiziert werden solle, was erfolglos war, da er wieder gegen sich stimmte. Mr. Redway stellte den Antrag, dass sich das Haus nun mit den übrigen Kandidaten befassen und eine Wahl für das Frühstück durchführen solle. Dem wurde zugestimmt. Im ersten Wahlgang gab es eine Stimmengleichheit, da die Hälfte der Mitglieder den einen Kandidaten wegen seiner Jugend, die andere Hälfte den anderen wegen seiner überragenden Grösse unterstützte. Der Präsident gab seine entscheidende Stimme dem letzteren Mr. Messick. Unter den Freunden Mr. Fergusons, des unterlegenen Kandidaten, rief das eine beträchtliche Unzufriedenheit hervor und man redete davon, dass man einen neuen Wahlgang fordern wolle. Mittendrin wurde jedoch einem Antrag auf Vertagung stattgegeben und die Versammlung ging sofort auseinander. Die Vorbereitungen zum Abendessen lenkten die Aufmerksamkeit der Ferguson-Partei eine ganze Weile von der Erörterung ihrer Beschwerde ab und als sie die Diskussion wieder aufnehmen wollte, schlug die freudige Bekanntmachung, dass Mr. Harris fertig sei, alle Gedanken daran in den Wind. Wir richteten provisorisch Tische her, indem wir die Lehnen der Sitze hochklappten und setzten uns dankbaren Herzens zu dem feinsten Abendessen nieder, das sieben quälende Tage lang unsere Träume beglückt hatte. Wie umgewandelt wir waren gegenüber unserem Zustand wenige Stunden zuvor. Hoffnungslosigkeit, trübäugiges Elend, Hunger, fieberndes Verlangen, Verzweiflung und nun Dankbarkeit, Gelassenheit, eine Freude, die zu groß war, um Ausdruck zu finden. Ich weiss, dies war die frohste Stunde meines ereignisreichen Lebens. Der Wind heulte und trieb den Schnee wild um unser Gefängnis, aber er hatte keine Macht, uns noch in Trübsal zu stürzen. Mir gefiel Harris, vielleicht hätte man ihn besser zubereiten können, aber ich bin bereit zu sagen, dass mir niemals jemand besser bekommen ist als Harris oder mir in einem solchen Masse Befriedigung gewährte. Messick war zwar sehr gut, obwohl ziemlich stark gewürzt, aber was unverfälschte Nahrhaftigkeit und die Zartheit der Fasern betrifft, da lobe ich mir Harris. Messick hatte seine guten Seiten, ich versuche nicht, das zu leugnen und will es auch gar nicht leugnen, aber er passte zum Frühstück ebenso wenig wie eine Mumie, Sir, ganz genauso wenig. Mager, zu meine Güte und zäh, oh, der war zäh. Sie machen sich kein Bild, sie machen sich ja überhaupt kein Bild davon. Wollen Sie mir etwa erzählen, das? Unterbrechen Sie mich bitte nicht. Nach dem Frühstück wählten wir einen Mann namens Walker aus Detroit zum Abendbrot. Er war sehr gut. Später schrieb ich das seiner Frau. Ihm gebührt jedes Lob. Ich werde Walker niemals vergessen. Er war nicht ganz durch, aber sonst sehr gut. Und am nächsten Morgen hatten wir dann Morgan aus Alabama zum Frühstück. Das war einer der feinsten Männer, über die ich mich jeher gemacht habe. Ansehnlich, gebildet, vornehm, sprach mehrere Sprachen fliessend, ein vollendeter Gentleman. Er war ein vollendeter Gentleman und ungewöhnlich saftig. Zum Abendbrot hatten wir diesen Mummelkreis aus Oregon und das war ein Betrug. Da gibt es gar keine Frage. Alt, dürr, zäh. Das kann sich niemand ausmalen. Schliesslich sagte ich, meine Herren, Sie können machen, was Sie wollen, aber ich werde auf die nächste Wahl warten. Und Grimes aus Illinois sagte, meine Herren, auch ich werde warten. Wenn Sie jemanden wählen, der auch nur etwas hat, das für sich spricht, wird es mir angenehm sein, Ihnen wieder Gesellschaft zu leisten. Bald wurde offensichtlich, dass mit Davis aus Oregon allgemeine Unzufriedenheit herrschte, um das gegenseitige Wohlwollen zu erhalten, das sich so erfreulich durchsetzte, nachdem wir Harris gehabt hatten, wurde also zur Wahl gerufen, mit dem Ergebnis, dass Baker aus Georgia gewählt wurde. Er war prächtig. Nun, danach hatten wir Doolittle, Hawkins und McElroy. Es gab einige Beschwerden über McElroy, denn er war ungewöhnlich klein und dünn. Und Penrod, zwei Smiths und Bailey. Bailey hatte ein Holzbein, was ein klarer Ausfall war, aber sonst war er gut. Und einen Indianerjungen, einen Leierkastenmann und einen Mann namens Buckminster, einen armseligen, langweiligen, Vagabunden, der zur Gesellschaft nicht taugte und als Frühstück nichts wert war. Wir waren froh, dass wir ihn noch wählen konnten, bevor wir befreit wurden. So kam also die glückliche Befreiung doch noch? Ja, sie kam eines strahlenden, sonnigen Morgens, kurz nach der Wahl. Die fiel auf John Murphy und es gab keinen besseren, das will ich gern bestätigen. Aber in dem Zug, der uns zu Hilfe kam, fuhr John Murphy mit uns nach Hause und blieb am Leben, um die Witwe Harris zu heiraten. Die Witwe des? Die Witwe unseres zuerst Gewählten. Er hat sie geheiratet und ist immer noch glücklich und angesehen und gedeiht wohl. Oh, es war wie ein Roman, Sir, es war wie ein Abenteuerroman. Das ist meine Station, Sir, ich muss mich verabschieden. Wenn es Ihnen einmal gelegen sein sollte, einen Tag oder zwei bei mir zu verbringen, so wird es mich jedenfalls freuen, sie zu empfangen. Sie gefallen mir, Sir, ich habe eine Zuneigung zu Ihnen gefasst. Sie könnten mir so sehr gefallen, wie mir Harris selbst gefiel, Sir. Guten Tag, Sir, und angenehme Reise. Er war weg. In meinem ganzen Leben habe ich mich nie so niedergeschmettert, so elend, so durcheinander gefühlt. Doch im Innersten war ich froh, dass er weg war. Trotz all der Sanftheit seines Benehmens und seiner weichen Stimme hatte ich immer geschaudert, wenn er sein hungriges Auge auf mich richtete. Und als ich hörte, ich hätte seine gefährliche Zuneigung gewonnen und stünde in seiner Wertschätzung fast neben dem verstorbenen Harrys, das stockte mir ganz und gar das Herz. Ich war über alle Beschreibung verwirrt. An seinen Worten zweifelte ich nicht, an einem Bericht, der solchermassen vom Eifer der Wahrheit geprägt war, konnte ich nicht einen einzigen Punkt in Frage stellen. Doch überwältigten mich die schrecklichen Einzelheiten und warfen meine Gedanken hoffnungslos durcheinander. Ich sah, wie mich der Schaffner anschaute. Wer war dieser Mann? fragte ich. Er war früher Kongressmitglied und zwar ein Gutes. Doch er blieb einmal mit dem Zug in einer Schneewehe stecken und wäre beinahe hungers gestorben. Er holte sich solche Erfrierungen und fror dermassen ein und war so erschöpft aus Mangel an Nahrung, dass er danach zwei oder drei Monate krank und nicht mehr ganz richtig war. Jetzt ist er wieder in Ordnung, nur hat er eine Zwangsvorstellung und wenn er auf das alte Thema zu sprechen kommt, hört er nicht eher auf, bis er die ganze Wagenladung von Leuten verspeist hat, von denen er redet. Er wäre inzwischen mit der Gesellschaft fertig geworden, nur musste er aussteigen. Wie das ABC hatte er ihre Namen zur Hand. Wenn er sie alle ausser sich selbst aufgegessen hat, sagt er immer, als dann die Stunde der üblichen Wahl zum Frühstück gekommen war und es keine Opposition gab, wurde ich ordnungsgemäss gewählt, worauf ich, da kein Anspruch erhoben wurde, zurücktrat. Und so bin ich hier. Ich fühlte mich unbeschreiblich erleichtert, als ich erfuhr, dass ich nur den harmlosen Hirngespinksten eines Verrückten zugehört hatte und nicht den authentischen Erfahrungen eines blutrünstigen Kannibalen.